Die Zinswende ist da. Monatelang haben sich die Erwartungen aufgestaut. Letzte Woche war es dann soweit. Nach der EZB hat auch die FED die Zinsen wieder gesenkt. Zum ersten Mal seit 2020 und noch dazu gleich um 0,5 Prozent. Was das fürs Gold bedeutet, das schauen wir uns heute an. Ich bin Joachim Brandl, das ist Philoro TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es ist das Richtige. Das war die simple Erklärung von Fed-Chef Jerome Powell, nachdem die US-Notenbank die Leitzinsen zum ersten Mal seit vier Jahren wieder gesenkt hat, auf eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent. Der Schritt nach unten betrug gleich mal 0,5 Prozent. Darüber wurde zwar viel spekuliert, so richtig sicher waren sich aber nicht alle. Powell macht ganz klar, was die Motive der FED waren. Es geht nicht darum, in den US-Wahlkampf einzugreifen. Es geht auch nicht darum, einem drohenden Absturz der US-Wirtschaft vorzubeugen. Man hört einfach nur auf die Zahlen und die Stimmen. Die Inflation steinst stabil genug, nahe am 2-Prozent-Ziel zu liegen. Und man ist auch optimistisch für die nächsten Monate. Powell sagt, dass es noch in diesem Jahr zwei weitere Zinssenkungen geben könnte, wenn auch nur jeweils um 0,25 Prozent. Das war also die Zinswende, von der wir so lange geredet haben. Und was machen Gold und Silber draus? In den Tagen vor der FED-Entscheidung scheint sich die Situation so richtig aufgeheizt zu haben. Es schien fast so, als könnte der Goldmarkt kaum noch still sitzen, bevor das große Geschenk aufgemacht wird. Dann kam der Moment der Wahrheit und überraschenderweise ist der Preis erst mal gefallen. Ein paar Tage danach wurde das allgemein mit Gewinnmitnahmen erklärt. Und dann ist das passiert, womit eigentlich alle Beobachter gerechnet haben, der Preis hat zu steigen begonnen. Schon am nächsten Tag wurde die 2.590 Dollar Marke geknackt. Silber hat sich beinahe synchron verhalten. Anspannung, kurzer Einbruch und dann ab nach oben, inklusive einem kurzen Ausbruch über die 31 Dollar Marke, die Unzell. Das waren die ersten Reaktionen des Marktes. Die große Frage ist aber, was kommt als nächstes? Bevor es weitergeht, abonnieren Sie uns. Geht schon weiter. Wenn es nach einer Handvoll Analysten geht, dann soll hier noch lange nicht Schluss sein. Sie sehen Rohstoffe allgemein und damit natürlich auch die Edelmetalle am aufsteigenden Ast. Ein Bullenmarkt soll uns bevorstehen und der könnte sich über mehrere Jahre erstrecken. Die Rede ist schon von einem Superzyklus. Nach der Meinung von Michael von de Poppe von MN Consultancy zum Beispiel, sollen Rohstoffe derzeit extrem unterbewertet sein und dementsprechend großes Aufholpotenzial haben. In diesem Chart vergleicht er den SPGSCI, das ist ein Rohstoffindex, mit dem S&P 500. Das ist ein Aktienindex, in dem die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst sind. Man sieht, dass Rohstoffe derzeit niedriger bewertet sind als vor einigen markanten Anstiegen in der Vergangenheit. Und hier im Chart sehen wir auch, was jeweils danach passiert ist. Das Fazit des Analysten, jetzt geht's los. Die Bank of America sieht das ganz ähnlich. Dort geht man sogar so weit, zu raten, bei einem klassischen 60-40 Aktien-Anleihenportfolio die Anleihen durch Rohstoffe zu ersetzen. Andere Argumente für ein Jahrzehnt der Rohstoffe sind der Fokus auf die Energiewende, denn die führt dazu, dass das Angebot immer knapper wird und die wiederfallenden Zinsen, denn die schwächen den Dollar, was Rohstoffe attraktiver macht. Und dann gibt es noch den interessanten Aspekt, dass die Zinsen gar nicht mehr so eine wichtige Rolle für den Goldpreis spielen, sondern dass andere Faktoren die Edelmetalle antreiben. Zum Beispiel die Rolle der Zentralbanken, die Gold kaufen wie nie zuvor. Die Dedollarisierung, die unter anderem von den BRICS-Staaten, aber auch von Staaten in Osteuropa oder dem Nahen Osten betrieben wird. Oder die globale Verschuldung, die ein inzwischen so gut wie untilgbares Niveau erreicht hat. Oder die geopolitischen Unsicherheiten, die sich auch immer wieder auf die Lieferkette auswirken. All diese Faktoren haben auch in den letzten Monaten, als wir sehr hohe Zinsen hatten, den Goldpreis angeschoben. Es wird also spannend werden zu sehen, was die Kombination aus all diesen Faktoren mit fallenden Leitzinsen mit dem Gold anstellen wird. Was denken Sie, wohin geht die Goldreise? Stehen wir vor einem großen Abverkauf oder geht es jetzt erst richtig los? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung, entweder gleich hier unter dem Video oder per Mail am tvstudio.filora.com Ich sage wie immer Danke fürs Zuschauen und bis bald! Rab! Am Pau! Am Pau! Untertitelung des ZDF, 2020